Was war der Antrieb? Zu den Besten der Welt zu gehören. Absolutes Top Engineering verbunden mit hoher Gestaltqualität. Das ist die DNA. Gestaltung und Ingenieurkompetenz im weitestmöglichen Sinn. Kompetenz im interdisziplinären Arbeiten, Fantasie und Mut zu Utopie. Wir verstehen uns als viel mehr, als nur als ein Ingenieurbüro. Wir sehen uns als eine Ideenschmiede für die gebaute Umwelt von morgen, als eine Denkfabrik, als ein Think Tank. Wir wollen den Wandel vorantreiben. Klar ist, dass die größte Herausforderung tatsächlich die ist, den Klimawandel zu bekämpfen. Wie können wir Gebäude klimaneutral bauen? Wie können wir Gebäude ressourceneutral bauen? Und wie können wir insgesamt ein lebenswertes Umfeld in unseren Städten schaffen? Lass uns diesen Weg gemeinsam gehen. Die Herausforderungen sind klar und wir haben die besten Schuhe, den Weg dorthin zu gehen. Die Herausforderungen sind klar und wir haben die Schuhe, den Weg dorthin zu gehen. Die Sch curious, die Tradition geführt, der immerhin normaler, veröffnet, die Schuh- und Schuh dudes in Wanderläuwen. Alle sie größten